CRUSHER STUDIOS Aha! Hab ich mir doch gedacht, dass Sie dahinter stecken. Ist aber die Tür laut, oder? Die Tür ist recht laut, ja. Ich, der mächtige W, werde die Weltherrschaft an mich reißen. Da ist ein süßes Ausdruck dabei. Ist geil. Ja, wie ist er eigentlich falsch zu gucken? Genau so! Wie wär's denn damit? Oh, shit. Entschuldigung. Kapla! Wir sind mein CRUSHER STUDIOS! Man könnte jetzt auch eine L-lange Szene vor der Tür stehen, wo ich davor stehe und... Das kommt dann ins Making-of. Genau. Also, das ist Making-of. Und worum geht es da? Ja? 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 Ich möchte jetzt eigentlich immer Chines in den Teich angeschlagen haben! Wir müssten das eigentlich mal super streif drehen, so. briankez da? Haha, hab ich mir doch gedacht, dass ich da hinter stecke. Zu früh. Gut. Kommst ja voll blöd bei vorne. Ich hätte mir irgendwas nehmen sollen. Noch mehr. Du meinst mit 5 cm Pupillen? Du meinst mit 5 cm Pupillen?